Have fun! Hier ist euer Abo-Rahmen zurück in Red Dead Redemption 2 auf dem PC und wie versprochen gehe ich jetzt meinen wöchentlichen Turn an und schauen wir uns das ganze mal an, wenn ich mal ab und zu mal etwas vergesse, nicht wundern, ja, that's me, Abo. So, jetzt haben wir jetzt hier an dieser Stelle zwei Questgeber. Einmal den Bill und einmal der Pearson. Ich würde erstmal zu Bill rüber gehen und mal gucken, was der so für mich hat. So, da können wir eine Markierung setzen. Nö, die haben wir schon gesetzt. Bill. Bill, ich gehe hier raus. Das müsste jetzt hier drüben sein. Da ist nochmal das Klo. Ich gehe mal kurz die Tasten durch. Rückwärts blicken. Y. Tab. Da habe ich nochmal die Möglichkeit, mir ein paar Gegenstände zu nehmen. Da können dann auch die Waffen drin sein. Okay, so. Den Rest kriegen wir dann gleich wieder rein mit der rechten Maustaste, dass es da alles gibt. Es ist von der Bedienung her sehr komplex und ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt gucke ich mal, ob ich in die richtige Richtung gehe. Da ist mein Pferd. Da will ich hin. Nächste, Bill möchte mit mir sprechen. So, jetzt setze ich mal einen Wegpunkt. Enter. Pam. So, und jetzt hoffe ich, wird das bei mir. Ah. Na, wer das Kleingedruckte lesen kann, ist hier immer klar im Vorteil. Also mit Enter drücken. Nicht drucken. Dann kommt das Papier raus. So, wo ist er? Da ist mein Horst. Da ist mein Horst. Da ist mein Horst. Und da haben wir ihn schon. Dann quatschen wir mal mit ihm. Oh, Entschuldigung. So, rechte Maustaste. Und dann, ja, kann ich ihn jetzt grüßen. Morgen. Und wenn ich die linke Maustaste dazu drücke, dann reden. Obwohl, das bietet er mir momentan nicht an. Sonst gucke ich nochmal. Das war... Aha. Der Bill ist da drinnen. Ah, okay. Ja, dann gehen wir nochmal rein. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wenn du drüber dringst, wird da eine Party. Eine Party? Ja, wahrscheinlich. War's. War's, das war's? Absolut. Ich fühle mich nicht mit den Geschichten von euch. Stop it! Jetzt! Sie verdammt! Sie verdammt! Wenn Cuomo Driscoll nicht verdammt! Du willst, um ihn zu finden, um ihn zu finden? All of you! Wir haben viel Arbeit zu machen! Komm schon! Du bist sicher, Dutch? Ja. Wir haben uns noch viel verletzt. Wir sind noch nicht auf den Fuß. Und das letzte, was wir brauchen, ist, ist, um Cuomo Driscoll zu bekommen. Los geht's! Ich weiß, dass du ihn liebst, Dutch. Er ist hier für uns. Ich wundere mich. Nein, du wundere mich. Ich wundere mich nicht, Dutch. Du... Du hast immer gesagt, Revenge ist ein Luxury, wir können uns nicht affordieren. Das ist richtig, Arthur. Geh das. Und das ist mehr als Revenge für Business vor kurzem. Sie sprachen über train, und Detonator hier. Kohl immer hatte gute Informationen. Komm schon. Und du denkst, jetzt ist die richtige Zeit, bis zum Flugzeug zu fahren. Jetzt, du, du möchtest, leben auf der Böden und Räumen. Ich bin zu viel alt für diese Leben. Herr Mathews, Herr Smith, Herr Pearson, bitte, schau dir nach dem Ort, wo es O'Driskels gibt. Ja! Ja! Südwest, right, Arthur? Ja! Du sagst, folgst die Hauptbahnhof, Südwest. Der Kampner ist etwas später. Okay! Let's go find these bastards before they find us and rob this score of their planet. What's that? Tracks, horses, quite a few of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Ditch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colmo Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can't forget. What he did to Annabelle? I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this will happen. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Whoa! Hold up here! Hold up here! All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two, hold position here. Let's go. I don't have a gun. I don't have a gun. I don't have a gun. I can't do anything. I can't do anything. I can't do anything. Can we? Let's go. Hier sind sie. Das ist definitiv sie. Zu Hause? Ich denke so. Ja, das ist sie. Ich denke so. Ich denke so. Ich denke so. Das wollen wir aber nicht haben. So, jetzt gehen wir erstmal... Waffen auf Pferd. Das... Das... und das das ist irgendwie kannte ich vorher noch nicht da bin ich immer über das Inventar gegangen aber ist okay ich habe mich verloren unsere brauchen sind die die und weg aus alles in das kann okay es gibt die die wie es ist komm Come on! It's deep here. I'm careful. Man sieht hier schon, die haben viel Liebe ins Detail gesteckt. Es wirkt jetzt hier nicht wie irgendwie nach einer generierten Welt. Man sieht schon sehr individuell aus. Ich habe schon ein bisschen mehr vom Spiel gesehen, also das macht es auch letztendlich aus. Man hat nicht irgendwie das Gefühl, dass man hier... Ja, und das macht auch irre Spaß. Stay low! Come on! Follow me! Get in cover, Arthur! So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Make the call, Arthur. So why'd they let you go? What I wouldn't have done? You better didn't have much choice just picking his teeth off the floor. Okay. I'll go first. Not a word. But russische... You're dead! You're dead, you son of a bitch-ass! They're gonna get that walkway there! Come on, Arthur, look at me. Okay, that's so close. I'm moving up. Put some fire behind me. It's gone down, Dr. Bonner. Let's go, boys. Oh, I'm gonna get to you next. Oh, man, look at you. That was close. Not all right, Dr. Bonner. You think you can take us? You boys are a goddamn joke. They're down, Dr. Bonner, boys. Someone's got me, and we're at it on us. Careful, there, Arthur. I'm gonna put a weak hand on you. Look at them. I got you in the barrel. That ain't a miracle. Look at me, we're locked down. Look out. We got more of those cabins to the right! Take down those bastards in the cabins! We got more of those bastards in the cabins! We got more of those bastards in the cabins! I'm gonna say all that we got in the cabins! Help! You don't know what you... How did you? You're gonna kill me! You're gonna kill me! Come on, kill me! You're gonna kill me! You're gonna kill me! Come on, kill me! You're gonna kill me! Oh, he's gonna kill me! Oh, get her! Get her! Get her! Get her! I'm alive! He's alive! Ich denke, das sind alle! Search die Böden! Strip everything we can from them! Do you recognize any of them Dutch? Of course not! Cole doesn't give a damn about his men. All he cares about is numbers. If you can shoot a gun, and ride a horse, and kill without thought, you're in. Think how long some of you have been with me. I imagine Cole doesn't even know half the names of these fools. Heads up boys! We got more coming in from the forest! Shit, there's a lot of them! What do you think, Arthur? Can we hold ground here? Go at it! Oh, fucking son of a whore! That was a close one! All right! As they come out of the trees! They're hiding in the trees! They're hiding in the trees! They're hiding in the trees! You're dead! I'll keep doing that! Stop! Let that little kid! Let that little kid down! I'm gonna kill! Eat him so good! You won't be very deep in your mind! Yeah, yeah, yeah! I don't even know what happened! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt haben wir das erste Mal als Deadeye kennengelernt, das ist sehr mächtig finde ich So, dann plündern wir noch ein bisschen Also R wechseln, was ist ein Deadeye Tonicum? Oh, das ist eins Oh Ah, hier gibt es ganz viel zu plündern Gucken wir mal, mir fehlt noch ein Hut, kann ich den nehmen? Ne, schade eigentlich, das ist der einzige Haken, irgendwie fliegt mir ständig der Hut weg Das habe ich gemacht R wechseln Und dann kann ich ein Ah, okay Ah, und das ist das, was sie machen wollten Okay, jetzt habe ich also ein Deadeye Tonicum genommen Sehr schön, Mini-Auftrag erfüllt Arthur, komm mal hier Was da Good work, boys Now, let's tear this place apart Bill, you go search that wagon there Michael, search that building Arthur, you take that building to the left Alright, man, quick Find those detonators, explosives, anything you can Let's go Gut, wir sollen jetzt irgendwelche Gebäude untersuchen Mein Problem ist ja, hier nimmt das Gebäude links Äh, ja, mal wieder Da geht es hier irgendwie rüber, hier durch Was zum Essen kann man immer gebrauchen So, was haben wir jetzt hier? Hier This looks good What do you think, Bill? Well, looks fine Smells good Come on Did we get everything? Think so, boss? Found this on one of them Thank you This is perfect Oh, yeah Interesting This is something about the train they was gonna rob Of Mr. Leviticus Cornwall Mount back up Let's keep moving All right Let's get out of here Proud of you, boys All of you Got a man down Good work, fellas Not bad for some starving down and outs They can pummel us Hard as they like But we will always get back up and fight That's who we are Outlaws for life, fellas Wait until we have John Mac Charles And Sean back riding with us And I believe I know They will all be back Well, you didn't get calm But this head will hurt him a lot more than any bullet in the head Especially when we rob this train, too Haha Yeah, I guess we'll see about that Oh, indeed, we will You know He'll come after us Oh, of course he will Just like all the rest But we're gonna stay a step ahead of them Make sure we always know where they are Before they know where we are We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater That won't happen again Alright Dig in, fellas Let's make some ground Na gut, now there are certain attributes The can we then through Nutzen Steigern Na, zum Beispiel, äh, Ausdauer. Beste, wer man läuft. So, jetzt hoffe ich aber, dass der Typ das jetzt der vor uns war. Genau. Jetzt mal ein bisschen Gas geben und in der Spur bleiben. So, wenn wir da rauskommen, werden wir langsamer und ihr seht unten links dann mit dem Huf oder dem U drinnen. So, jetzt. Wichtig, dass ich jetzt das, äh, haltet und jetzt fesselt. So, den können wir jetzt nehmen. Wenn ihr nämlich die Maus, rechter Maus, dass ihr nicht haltet, dann lasst den wieder frei. Klassiker, habe ich auch schon ein paar Mal geschafft. So, jetzt verstauen wir ihn, das finde ich süß. Now the fun starts. I'll no use to ya, really. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy, Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna lie to you. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna lie to you. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please. Weiß es so schön? Ich habe keine Ahnung, wo ich hinreite. So, ich muss den Pferd mal wieder ein bisschen erholen lassen. So, ich will dann wieder Vollgas geben können. Mr. Are you trying to test me, is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Not one more goddamn word. Am I clear? Okay. Okay. That's two bones right there. Ja, wie ich das schon gesagt hatte, dann. Das ist so ähnlich wie in GTA, aber da konnte man auch, GTA Online zumindest, dann seine Fertigkeiten dann steigern. Ich erinnere mich doch daran, dass die Leute einfach nur im Kreis gelaufen sind, damit sie schnell im Laufen sind und also auch nicht so schnell aus der Puste kommen und unendlich Autofahren mit Taste festhalten und so. Es ist, naja, also auf jeden Fall eine nette Sache. Ähm, ja. Doch. Kann man gar nicht anders sagen. So, dann parken. Niemals vergessen, das Pferd anzubinden, sonst wird's geklaut. Bring ihn zur Hütte. Ja, das ist ja wieder Lotto spielend, aber ich gehe mal davon aus, dass es diese Hütte sein wird. Schade eigentlich, war der Stall. Eine Hütte. Zur Hütte, naja. Da drüben ist noch eine Hütte mit Licht. Tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas. Is need shooting? Save fellas. Is need saving? And feed him. Is need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp. I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arsie. I'm just sorry we missed out on Colm. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. So, schauen wir uns nochmal die Mission an. Alte Freunde, die wir jetzt abgeschlossen haben. Okay, kein Ziel abgeschlossen. Schade eigentlich. Also, das sind diese Nebenziele, die ihr noch schaffen könnt. Das bringt euch noch ein bisschen Boni, nochmal extra Erfahrung und so weiter und so weiter. Ich möchte das erstmal hier nur auf Story spielen. Und wir gucken jetzt nochmal hier. Wir haben jetzt hier noch eine Mission, bevor es weitergeht. Die seht ihr dann allerdings in der nächsten Woche. Wir haben hier nämlich nochmal Mr. Pearson. Der möchte gerne mit mir reden. Gucken wir nochmal weiter. Unsere Landkarte hat sich schon ein bisschen ausgedehnt, aber da wird noch viel mehr kommen. Noch haben wir es Winter. Und ich mache jetzt erstmal hier einen schönen Break, so wie versprochen. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche hier in Red Dead Prediction. Ja, noch kann ich nur sagen. Have fun, neuer Abo-Raum. Denkt dran, ein Abo, einen netten Kommentar. Das wäre nett. Ciao, ciao.